Mal ist ein kleines Paket von Gamestop gekommen, habe ich mir mal wieder was bestellt, aber ich muss ja sagen, ah ja, die haben es eingepackt, als wenn man es nie mehr auspacken soll. Ah ja, was soll das? Okay. So, na komm schon her, was soll denn? Oh ja, ich liebe es jetzt schon, oh mein Gott, warum, warum, kann man es nicht noch ein bisschen, au, verdammte Axt noch mal, was soll denn das? Ich muss hier noch ein bisschen mehr einpacken, okay, hier ist was, das habe ich mir echt wirklich für einen richtig günstigen Kurs geschossen. Oh ja, das ist mal wieder geil, ich glaube, lass mich mal lügen, 29 Euro ein paar zerquetschte. Okay, das ist die Quake Champions Scarebierer Edition, Scarebierer, ich habe keine Ahnung, das ist schon so lange her, dass ich es gespielt habe. Auf jeden Fall ist da diese 30 cm hohe Figur mit bei und die ist ja nun mal wirklich richtig cool. Oh Gott, die wird sowas von in meinem Regal landen, ohne Verpackung, komplett ausgepackt. Ohne Verpackung, komplett ausgepackt, das war ja auch sehr toll. Aber, ja, andere Leute würden sich die halt mit Verpackung jetzt irgendwo hinstellen. Aber, ne, scheißegal, ich will die eh nicht verkaufen. So, dann komm mal raus, mein Freund. Hier hätten wir erstmal, was man hoffentlich sehen kann, Quake Champions. Ich habe keine Ahnung, ich habe mir diese Box einfach nur bestellt, weil ich diese mega geile Figur haben wollte. Was das Quake Champions ist, habe ich keine Ahnung von, was ich da auch, wie gesagt, ich bin mit Quake schon seit Jahren nicht mehr befasst. Ich habe damals Quake gespielt, so, naja, das war um die Jahrtausendwende, glaube ich. Und hier haben wir einen Code, Champions Pack, brauche ich den Code. Ich habe keine Ahnung, was ist da noch? Dann ist da ein Skin, aber es bringt mir alles nicht so wirklich was. So, was haben wir hier noch drinne? Dann haben wir hier einfach mal, okay, eine Beschreibung von diesem Manikern, was da drinne ist. Dann habe ich hier Müll. Ich will dieses Manikern hier raus haben, wo oben wird. So geil. Ich will hier auch raus haben, ohne, oh Gott, was ist denn hier los? Das hier fällt alles runter, was soll denn das? Das war mein Handy. Welcher weiß ich, was ist denn mein zweites Handy? So, hier ist die Figur. Ich will sie raus haben, ohne, dass sie hier runterfällt. Oh, die ist geil. Oh Gott, die ist so geil. Oh Gott, wartet. Die ist überall Müll, Alter, die ist, boah, die ist so geil. Das muss ich immer sagen, oh, die ist so schwer. Ja, das ist die Figur, die sieht richtig, richtig cool aus. 30 Zentimeter hoch. Oh ja, die ist definitiv zu schade, um in der Box einfach rumzustehen und vor sich hin zu stauben. Die soll lieber draußen rumstehen und vor sich hin stauben. So, und das ist das Gewehrschein, auch direkt als Stütze zu dienen. Jetzt soll ich die Figur mal vom Namen angucken. Die ist wirklich richtig cool designt. Während ihr das Teil genießt, werde ich mal auf diese tolle Bildungsanleitung gucken. Äh, Locate, bla bla bla, Plexum. Montage, Montage, ich brauche keine Montage, das Ding ist doch montiert. Mensch, was wollt ihr denn von mir? Oh ja, guckt euch gerade die Figur von unten an, ist ja auch geil. Aber wie gesagt, guckt euch das Teil an, super cool gemacht. Das Gewehr kann man auch rausnehmen. Okay. Oh, ja, das Gewehr, die gleichzeitig als Stütze uns fällt dann nämlich nach vorne über. Richtig cool. Für 30 Euro kann man da wirklich einfach mal nichts falsch machen, weil die Figur ist echt schon ziemlich episch. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Like da. Wenn nicht, dann könnt ihr mir auch einen Daumen nach unten da lassen. Ist klar. Ich werde die auf jeden Fall verlinken, die Figur. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis denn, dann, ciao.